Willkommen zurück zu A Way Out, gemeinsam mit meinem Bruder! Hallo! Und wir sitzen hier oben jetzt wieder fest. Es wütet ein heftiger Stumm draußen und das ist unsere Chance zum Ausbrechen. Also Markus, brich raus! Wahrscheinlich mach doch eh nur deine Seite und ich muss meine Seite wieder machen. Natürlich! Ja, natürlich! Feuer! Später dann! Naja, übergeben. Das ist aber ein Schlöffer, schluss. E? Wir müssen Schlöffer ausgeklopft werden. Naja, wenn es zu einfach geht. Stimmt. Alleine geht es aber nicht. Der war schon mal wenn die Lade gescheitert. Es ist nicht vorbei, bis die fatten Frau singt. Oh, sie wird singen. Verrückt mich. Ich hoffe so. Ach so, das ist jetzt Musik. So, jetzt kein... Da oben ist ein Rad. Jetzt geht's mal da rüber. Wir spielen jetzt zum ersten Mal. Keine Ahnung. Ach, ich hab ne Idee. Die Steuerung ist da sehr außergewöhnlich. Aber es ist ne coole Steuerung. Es ist immer komplett was anderes. Ja, es ist was anderes. Ganz kurz, man kann mit den, äh... Tasten mit WSD kann man schieben und mit der Maus zeigst du halt die Richtung an, in welche Richtung du das schieben möchtest. Ja, genau. Ja, genau. Also, das müsste normalerweise runterfliegen. Also, das müsste normalerweise runterfliegen. Ja, genau. Erstmal den Look an... Verstanden? Ich kann, äh... Ich bin im Gefängnis. Ja, ich hab das Gefühl, das sind wir schon länger. Ah, hier. Okay. Hat's gut funktioniert, Alex. Okay. Das sind Wächter. Okay. Ich komm da nicht durch. Hast du einfach nur W gedrückt? Ja, hast du okay. Du musst nur... W drücken, ja. Warte. Dann geh zum Verstecken. Warum sind da Wachen? Ich dachte, es sind die Wachen los. Warum sind Wachen im Gefängnis? Wie ist das? Haben wir nicht hier? Das war's. Wobei... Das wäre zu laut gewesen, wahrscheinlich Okay Hallo? Äh, Markus? Markus! Du bist okay? Warte, 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 wir müssen gleichzeitig Du sagst dann Drei Zwei Das ist kein Donner Eins jetzt! Jetzt! Oh, I love taking up, buddy Jetzt? Warte, muss ich gleich nach der nächste kommen Jetzt! Jetzt! Perfekt! Ja Siehst du die Tower? Ja Nein! Ich seh keinen Turm! Wo? Da! Oh Scheiße Ach, jetzt sind wir da auch hier! Jetzt sind wir genau... Jetzt sind wir... Wir sind noch nicht weit gekommen Ah, da hier ist ein Leiter Sollten wir tatsächlich hoch Ja, weil da kein Polizist mehr ist Es war gerade keiner da Okay, dann komme ich Äh, ich möchte ziemlich ungern Oh, der kommt zurück Warte, bleib auf deiner Seite, bleib auf deiner Seite Bleib auf deiner Seite Wir müssen direkt abfahren Ausschalten Ausschalten Nicht so, ne Das heißt, wir könnten ihn eigentlich zusammenschlagen Ja Ja Oder sollen wir es still probieren Aber ich kann nur es still probieren Ja, komm Wir verfolgen ihn gleich Einfach hin... Einfach ein bisschen abschalten lassen Und hinter ihm mitgehen Nicht zu nahe, nicht zu nahe, nicht zu nahe, nicht zu nahe, nicht zu nahe Nicht zu nahe, nicht zu nahe Markus, Markus, Markus Nicht ausschalten Was versteht ihr? Nicht ausschalten Ich hätte es gerne still gemacht Das nicht Ich hätte es gerne still gemacht Ach man Ich hoffe, niemand hat das gehört Ich hoffe, niemand hat das gehört Ja, ja, du und du Scheiße Ich will einen Plattenspieler Jetzt sind wir sicher im Büro des Direktors Es hat geheißen Hier gibt es einen Plattenspieler Wow, schau mal was ich kann Guck mal Nikoni Ich habe das Gefühl, wir sollten draußen weitergehen Nicht drinnen Da ist eine Türe So was da ist We gotta be careful Markus? So, jetzt ganz leise Ich darf nicht Ich darf nicht selber leiser werden Sonst habe ich mich im Video nicht mehr Da geht es nicht lang Wo waren gerade gerade die Wache Wo waren gerade die Wache? Wo sind die Gäste? Wer sind die Gäste? Wer sind die Gäste? Wer sind die Gäste? Wer sind die Gäste? Was ist die Gäste? Falsch gesagt Nö Nö Nichts ist der Gäste, nicht! Falsch gesagt Falsch sag ich sich eigentlich nicht drauf wissen Boah, ich denke die Musik ist ein Alarm Ich geh auf der anderen Seite. Ja. Das ist die Krankenstation. Ja. Achso, du kommst in die... Kannst du ablenken? Ruhig mal in die Krankenstation reinzugehen, kannst du da ablenken, irgendwas? W-what the hell are you talking about? We're all mixed up. Ah, da kann ich mich gleich wieder klopfen. Hm. Schätz ich mal ganz stark. Oder? Wie hast du das klopfen gemacht? Mit linkem Ausdruck, mir du das angezeigt. Warte, da rechts ist ein Punkt. Hinter dir ist irgendwo ein Punkt. Nee. Geh noch mal zurück. Da, jetzt ist ein Punkt rechts unten. Geh noch mal zur Tür... zur Türeingang. Das ist der Polizist. Nee, klopfen kann ich da gar nicht. Warte, geh mal da in die Ecke. Geh mal in die Ecke. Da. Warte, geh noch mal zurück. Achso, das war nur dieses Ding. Da rechts. Geh mal ans Fenster rechts. Da. Da ist ein Punkt. Ja. Da. Du kannst rausgehen. Das ist die Türe. Warte auf die Spotlight. Achso, dann müsste ich aber eventuell auch dorthin, oder? Warte, schau mal. Dass du rausklettern kannst. Kann ich? Warte auf, dass du nicht rein gehst in den Scheinwerfer. So. Lauf, 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 lauf. E, eh, eh. Boah. Das ist ein bisschen hell. Close. Sehr, sehr knapp. So, weiter. So. 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 warte 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 jetzt ja wir sind noch nicht oben ich will auch mal ein z das ist der das ist es nicht da gut gemacht ich meine die ich dabei die Drucksache und Du warst, glaube ich, Vincent, oder? Kann das sein? Oh ja, lass uns Karten spielen! Ich würde sagen, wenn ich um Karten zu spielen... Ich würde sagen, wenn ich um sie irgendwas... Nimm deinen Kleiderbügel, vielleicht. Das wird so in die Hose gehen. YOLO! Boah, wie geil. Markus? Deine Chance. Geh mich da rüber. Genauso. Du musst wahrscheinlich nur warten, bis meine Show verendet ist. Genau, jetzt kannst du mit Leiterste. Leiterste. Hui! Ich fang dich auf, Bruder! Oh! Ernsthaft! Shit! Go, 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 go! Oh fuck! Ich glaube, wir haben den Alarm ausgelöst. Nee, das wird was hier reden. Einer von uns würde es wahrscheinlich jetzt getroffen sein. Waren wir nicht gerade außerhalb des Gefängnisses? Gehen wir wieder rein? Lauf, 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 lauf! Keeeee... Oh! Und? Weiter, 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 weiter. Läderst du? Schütze... Und wieso immer perfekt daneben schießen? Aua! Jetzt kann man wahrscheinlich Rufe und so, oder? Nee, gar nichts! Easy! So, das war's das Spiel, vielen Dank! Echt? Guck mal! Das kann's aber nicht schon gewesen sein? Das war jetzt gerade mal vielleicht eine Stunde. Aber die einfache Steuerung ist super. Da kann man sich viel auf die anderen Sachen konzentrieren. Macht extrem Spaß, du. Ja. Was ist das? Ah! Ja. Was ist das? Habt ihr das wirklich, als du ein Kind warst? Nein. Was? Was? Ich sah das in einem Comicbuch. Ich sah das nicht. Sag mir, du schockst. Nein? Ich bin nur glücklich, es funktioniert. Oh mein Gott! Ich kann nicht glauben, dass du mich in das klingst. Ich auch nicht. Wie geil! Was? Was? Hunde? Das war vorhin ein Scherz, dass ich das gemeint habe. Äh... Links, rechts, 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 links. Wir haben alles, was wir hatten. Wir müssen vorsichtig sein. Ich gehe nicht zurück. Ja, du bist Leo. ignal für das Mario. 錯. Hiii! Warte so. Ach komm, da könntest du aber so auch... einfach hochklettern. Könnte ich. Wir haben alles so aufgeregt. Ich sehe ein Licht. Scheinwerfer? Licht? Come on... Ja, da Go, Code! Migrant! Weißt du warum ich kein Licht mache? Weißt du? Oh shit! Kops überall! Wir haben noch einen Schaden! Ja... Das war ein Glück. Okay, das war's jetzt mit Sprinten. Das sind wahrscheinlich Gegner da unten, ja, ja. Ja. Unter dem Gebrüsch kann man sich... verstecken. Wir sollten sich in diesen Büschen schlafen. Diese Kops sind dämmer als ein Böbel. Still und leise oder laut und heimlich? Okay, weiter. Warte, mit der Mitte weiter. Geh weg! Oh. Würde ich das in echt machen? Das ist sicher extrem schrecklich. Das hab ich nicht geguckt. Nee, wir machen das Sneaken. Keinen töten, hast du verstanden? Wir machen das... wir machen das Sneaky. Ganz, ganz leise. Achtung! Zurück, 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 zurück. Ich bin eh schon im Kippel. Wenn ich so mache, werde ich dir wissen. Komm! Äh... Ich runter. Jetzt schon? Ja, ja, schnell! Hoch! Ich bin grad aufgefallen, sehe ich grad. Hast du das ja? Nee, da müssen wir weiter. Ein Polizist hätte sich wahrscheinlich schon bemerkbar gemacht. Hm. So, Achtung! Ui! Bleib drin, bleib drin. Du willst da keine umbringen? Auch wir haben nicht genug Licht. Da nach vorn, oder? Drunter. Uuuuuh, abends Bisch. Warte. Ich würde sagen, da runter. Ja. So, und wie gehst du an denen jetzt leise vorbei? Warte mal. Soll ich sie anstrecken und du gehst dann mal vorbei? Okay. So. Oh! 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 Ups! Upsie! Upsie! Können wir bitte die beiden erledigen? 3. 2. 1. 1095, we got one, sir. Oh, shit. Markus! Das war zu nahe, übrigens. So, nochmal ins Büsch. So, ich links, du rechts. Nice. Drei, zwei, eins, aus. Boah. Ah, ich muss eh drücken, eh drücken. Was, Markus? Ja! Ah, da stand Tippen! Das sind mir natürlich hellliches. Film Nummer 4. Weißt du, dass ich... Warte, ich nehme rechts und nehme links. Ah, ja! Danke, Markus. 1095, we got one, sir. Ja, und bist du zum Rechten gegangen, wenn du sagst, ich mach rechts. Ja, ey. Ich mach rechts. Ja, gut, jetzt machst du rechts, ich mach links. Wir bleiben dabei. Shit. Und auf drei. Warte, erst wenn du das Symbol hast, warte. Jetzt, 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 schnell, 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 schnell. Zippen, 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 drücken, 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 drücken. Was? Red drücken. Alter. Habe ich? Öfters, hintereinander, schnell. Vorher hat es nicht gepasst. Doch, vorhin hat es auch gepasst. So, warte, meine Reichweite. Und... Schau hin. Drei, zwei, eins, los. Und tipp, 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 tippen, 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 jajaja, genau. Fühlt sich doch nicht so schön in der Kreis. Fällt überhaupt nicht auf, wenn jetzt auf einmal ein Leichen liegen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich nur auf dem Helikopter aufpassen. Nö, nicht nur Helikopter. Markus! Habe ich verdrückt. Ach, scheiße. Ja, ich glaube, das heißt ja nicht mehr als, ach, scheiße. Aber... Wenn man auf dem Helikopter ist, dann drückt man die Kamera raus. So, aber, wenn der Alex so sagt, heißt das nichts Gutes, denn... Unsere Folgenzeile ist schon wieder vorbei. Ich verstehe mich jetzt im Busch. Und sage... Das habe ich diesmal nichts gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Noch nicht, wir sind noch nicht durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von A Way Out. Gemeinsam mit meinem Bruder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschau.